ja heute wird nichts besseres zu tun hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play GTA Online mit dem Pixel und dem Sony 3 3 33 Mann Hallo 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 Ja Da ist das wunderschöne Auto von Pixel Ja Es ist ein bisschen hochgegangen War Stefan? Das warst du Das warst du Das war ja selber Auf dem Fall Also ich bin Stefan Pixel ist Moritz Ich kenne dich schon Ich kenne dich schon Ja wir kennen uns die ganze Nacht schon Und ähm Also kurz zu erklären Wir haben gestern schon aufgenommen Aber diese Folge waren sowas von Katastrophe dass man sie Ne Unterworten 6 Wochen lang aber dann hat doch nicht geklappt Also Und ich hab kein YouTube-Kanal Also ich verleg ihn euch trotzdem mal unten in der Beschreibung Ja Ja keto Oh nee Da kommt ein Megajam Fuck Okay, ich hab mein Auto kaputt gemacht Hä 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 ne, die scheinbar verleben noch Ne developing driver Das muss einfach in Zeitlupe gemacht werden, weil ihr seid genau aufs Auto drauf gesprungen und ich hab's gesehen. Ja, geh mal zum, Moritz, mach immer kurz, Flughafen. Oh. Ja, geh mal Flughafen. Ja, geh mal Flughafen. Ritiger Lappensprung. Hey. Flughafen. Flughafen. Wie find's den Wagen, Moritz? Scheiße. Das ist nice. So ist markiert. Alter, dein Ernst? Verpäst dich! Scheiß, du überlässt. Und da zeigt mir auch nur einen Filizfänger. Aber der überdreht ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber das ist vielleicht normal im Gelände. Nee, so heftig überdreht man noch nicht, also seien es echt schlimm. Wir drehen uns aber die ganze Zeit nur im Kreis. Ja eben. Wey, ich bin schon bei Maze Bank. Ja, mein Auto überdreht sich leicht. Ups. Ganz leicht. Also... So hab ich da Turbo eingebaut. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da. Da. Da muss ich sagen, das Holz da ist. Und... Ähm... das Ronin33 hat Selbstmord begangen. Oh, da fahnsinn in Ego-Ansicht. Oh, da fahnsinn in Ego-Ansicht. meine schleuder einfach auf der straße richtig heftig also ich bin dann schon fast da wo seid ihr wie gestern hallo er sagt nix ja gleich da ihr seid nicht mehr bei dem komischen theater da ja ich habe auch gesagt ich bin der beste fahrer mit dem warum nicht an dem von wagen jetzt kommt die beste erklärung er hat die alter oder was explodiert ernten Prozent so die jungen ich bin okay man jetzt zu warten Prozent ich will jemanden zeigen hallo das Ding ich hab mit dem eigenen Wagen ich nehme dir einfach so ein Passantwagen so gut du kriegst mal bitte Sterne wenn man mit einer Leuchtpanne rumballert ich hab mit Granaten rumgeballert ah ähh du wirst du oder 2 1 oder 2 oder du es wirst du schon ah ne NEIN doch oh mein Gott bei mir ist jetzt fertig ne doch egal wir machen die noch 10 Minuten lang einfach so das ist nämlich die erste Folge und dann kommen längere Folgen genau also ich warte hier mal auf euch ja ich bin jetzt drin Stefan der wurde ein bisschen ab Alter das sieht so geil aus der Wagen Beb ah ne es war so klar Pixel fällt jetzt auch noch rein war so klar ich steig es auch ich hab mit gesehen ups habt ihr nicht gesehen es war so klar hör jetzt zu sagen ich hab dich nicht gesehen hab euch nicht gesehen hab euch nicht gesehen also du warst doch drauf also das zählt oh tschüss tschüss fuck der hat ne Lenkraketenwerfer oh 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 ah schlecht der ist ja nicht mal annähernd zu uns gekommen ihr seid zu weit weg ok wir kommen zurück pass auf nein nein du fährst so als ich fährst so du fährst so du fährst so als du fährst so gegen Lanterne Brudi ich fähr ich fähr nicht gegen Lanterne ist hier überhaupt eine ne ich glaub nicht ne ich weiß es nicht ui na ne keine ne vielleicht ist eben durch mich erst noch keine Ahnung wieviel Schüssen getroffen ja weil ich gerade rausgetebt bin ja 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 hey ok ja ich muss fliegen ja ne 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 hier krieg ich nerfbombe als geschenk schenk ihm nerfbombe habe ich er hat sogar noch überlebt der Heli lau flieg ja Stefan weh du kisch mich jetzt von hinten ne ich mach nichts mehr es kommt ne sniper battle bestimmt hier gleich auf dem Flughafen oh ne kein sniper battle wobei ich werde wow schlecht schlecht echt echt not good aiming was macht die da schon wieder Moritz hatst du nichts besseres zu tun wo warst du keine Ahnung wie war ich oh alter ich hab die nicht mal gesehen ich weiß ich weiß oha 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 du wie siehst du auf mich an ich bring jetzt in sicherer Entfernung irgendwo da hinten runter und ich hab Sterne ja ja auch und ich hab kaum noch Leben weil du ich hab die einfach zweimal mit der schweren Sniper getroffen aber du bist nicht verreckt das reicht ne du bist eben nicht verreckt Moritz ich nehm dich mit so was machen wir jetzt steig steig ein steig ein woher 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 ja jetzt überfährt er mich läuft bei dem Jungen oh oh er weicht der Granate aus hä was hast du zum Zeug mit weiter vor allem noch die Nato hat dich vernichtet ja ich hab dich vernichtet ja können wir jetzt mal gehen wir was machen wir ich weiß nicht meine AIM oh mein Gott hey wie könntest eigentlich ein Rennen starten nein GTA 5 funktioniert nicht mehr ok Leute dann kurz jetzt dann cut jetzt sagen wir beenden die Folge hier das ist die Anfangsfolge so jetzt wisst ihr auf jeden Fall das ok Leute ja dann beenden wir die Folge jetzt hier ja also jetzt wisst ihr dass das der komplette Spackenhaufen hier ist mit uns dreien also genau da klappt nie was äh schlechter Bezirk ja natürlich obdach 4.000 Grafikspeicher ja und ihr mit uns 2.600 ja ähm sollt ihr eine Folge ja bei mir kackt aber nicht ab ja bei mir auch nicht ja bei mir auch nicht freue ich aber auch schon auf auf jeden Fall das war's mit der ersten Folge genau und ähm wir nehmen vielleicht noch eine auf ne für euch ihr Schlingel 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 also bis später oder bis Tschüss oh oh ja 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 und